Ich lerne Deutsch. Nummer 15.958 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die höheren Heizkosten kann ich mir nicht leisten. Ich habe kein Geld dafür. Die höheren Heizkosten kann ich mir nicht leisten. Ich habe kein Geld dafür. Veränderungen können uns lehren loszulassen und dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Veränderungen können uns lehren loszulassen und dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Habe ich alles, was ich wollte, oder habe ich etwas vergessen? Habe ich alles, was ich wollte, oder habe ich etwas vergessen? Habe ich alles, was ich wollte, oder habe ich etwas vergessen? Wir sind nun auf dem Campingplatz und packen unser Auto aus. Wir sind nun auf dem Campingplatz und packen unser Auto aus. Wir sind nun auf dem Campingplatz und packen unser Auto aus. Zuerst bauen wir das Zelt auf. Ich habe Schmerzen, ich brauche dringend eine Massage. Hast du Lust, mit mir um die Insel zu laufen? Und gib uns bitte ein Like. Ich habe Schmerzen, ich brauche dringend eine Massage. Ich brauche dringend eine Massage. Ich brauche dringend eine Massage. Vielen Dank.